Sein muss. Wie soll es sein muss? Ich frage mich trotzdem, weil es nun wie ein Kater für ein Tier sein soll. Es erinnert mich ein ganz klein wenig ein Tier. Ich bin bisschen spieler in der ist. Ninja ist... Es kann natürlich auch sein, dass danach wieder Ninja Turm kommt. Oder noch Ninja ist... Ich glaube, der war auch nicht verändert. Dass ich die Trainer, die ich einfach nicht mehr gefunden habe oder gesehen habe. Trotzdem werde ich sie nicht mehr verändern nach hinein. Weil wegen zu faulheit. Ja, da war auch nicht verändert. Du bleibst jetzt drinnen, du hast gerade einen Lauf. Nein, einen Lauf! Volle Rosekaufe. Volle Rosekaufe. Ha, ha, ha. Du, 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 du. Nicodemus ist besiegt. Du, 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 du. Du, 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 du. Vielleicht. Ich habe da jetzt so gefällt. Gute Frage. Aber ohne Im понимание sprechen ist nicht gut. Ohne zu atmen ist nicht gut. Was ohne zu atmen? Gute Frage. Ohne zu atmen ist nicht gut. Was ohne zu atmen? Wasser vor mir. Funkensprung vor mir. Sehr effektiv. Hat keinen Plan gemacht. Hagelsturm. Eis vor mir. Ich hab grad irgendwie den Drang zu Feuer zu wechseln. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht von deinem Volk. Weil er von ihr bei F�G. F�G. Figi 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 Figi. Figi Figi Figi. Fuki Yama Figi Figi. Was? Fuki Yama Figi Figi. Sehr schön. Bitte jetzt nicht Sonntag. Pokémon Trollmilch. Du blödest. Du blödest. Du blödest. Blödkopf. Er wird zu 100%ig Meteorologe einsetzen. Also entweder das Vieh ist total blöd oder ich hab dir nur Regenkant und Eishagel gegeben. Eishagel! Feuerhagel! Schneehagel! Brothagel! Hagelhagel! Schadelhagel! Jetzt ist es da! Sonntag! Feuertagensberg! Juhu! Das Vieh sieht alles wieder aus. Das ist eine Wolke mit einer Sonne oben drauf. Das ist eine Wolke mit einer Sonne oben drauf. Ich weiß. Aber ganz ehrlich, ich mag Romeo. Romeo find ich eigentlich richtig cool. Hättest du nicht... Drei von vier Attacken, er kann hundertprozentig noch Meteorio... Meteorioge. Meteorologe. Die wohl eine der Attacken, die so ist, weil warum auch immer. Eine nette Attack. neuezię 거야… Heute ist nicht gut besprechen mit kleinen Mainz … Marika! Ja! Ja. Von mir aus. cowboy nimmst du mich. Ja zum Echten spielen wir mit Mirotakel! Was ist ein Mirotakel? Eh 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 eh. Dann kann er halt nicht so. Ehm, da hat sie das mit Mirotakel… Dieses Vieh hieß nicht Mirotakel. Ich weiß. Ehm. Ehm. Mirotakel. Äh. Milotik, nicht Mirotakel. Die zur Hölle bin ja Mirotakel gekommen. Ein wildes Mirotakel erscheint. Sehr schön. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich den Bart nennen werde. Mirotakel. Bumki sprungi auf die Fressi mit Chirurinesa auf die Mirotakeli. Sehr schön. Mirotakeli hat ja auf die Fressi bekommen. Und Dari deutlich auch ja auf die Fressi bekommen. Und ich habe gerade scheiße Lerber. Ich bin. What the fuck? Was habe ich gerade gesagt? Äh. 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 Green Dance. Green Dance. Green Dance. Green Dance. Obwohl aber das gar kein Graf ist. Green. Interessiert mich nicht. Green Dance. Green Dance. Idioten for the win. Wenn ich jetzt Glück habe, drückt der Donner auch mit 100 Prozent. Das heißt, die Taka macht mehr Schaden. Echt, jetzt hätte ich nicht gedacht. Yay, Donner trifft. Und das heißt, sie macht mehr Schaden durch Step und durch Schrägen und durch sehr effektiv sein. Das heißt, Mirotakel ist jetzt besiegt durch 100. Hm, ich glaube, ich sogar unnötigen Volldruck. Aber das ist dann nicht so. Ja, ich glaube, das ist nicht so. Und dann kann ich nicht sprechen. Nein. Ganz ehrlich. Allerwisch. Und Saganerwisch. Wie passt's? Fick dich. Lass doch einfach nochmal den Wisch mal in Ruhe. Der kann nichts dafür, dass er so stark nicht ist. Dass er nicht so stark ist. Du musst ihn doch nicht immer gleich mobben. Alter. Das reicht's mir. Bin ich voller Gruppe für dich. Hier. Nimm das, du blödes Gyra das. Du blödes Gyros das. Du blöder Fisch, du. Juhu. Das hab ich dir aber gegeben. Das macht sich jetzt kaputt. Du hast keine Chance gegen diesen Schlitzer. Und ich hatte recht. Gesagt, getan. Juhu. Ganz nette Version, wenn mir gefällt der Angriff und die Verteidigung nicht. Das ist alles deine Schuld, du blöder Fisch mit Putsche Putsche in See. Das überlebst du nicht. Aber ich fällt grad was ein. Ich muss jetzt nicht mehr einfach nur die Aufnahme produzieren, einfach nur weil ich heilen gehen muss. Weil, hä? Einfach nur weil ich heilen gehen muss, weil ich kann, hä? Was will uns der Meister damit sagen? Das frag ich mich manchmal auch. Einmal den Chef hier. Der will anderen lebe. Ich find das grad total scheiße, ey, dass der Büsch noch in die Soße besiegt. Das ist total scheiße von euch. Da kriegt ihr eine auf die Fresse. Ihr Dämmische Fischer, ihr habt mich anders geworfen. Du Guterwitzer, lass sie ja stehen, sonst bring ich dich ganz schnell um. Und zwar schön. Ich bring dich um, das verspreche ich dir jetzt. Du Scheißhansi, du wirst jetzt verwecken. Das hat dich nicht gehalten, ich hab's nicht zu dem Wied gepasst, deswegen gefällt's mir nicht. Das schneide ich raus, du je nicht, also. Rache ist süß. Wehe, du überlebst das jetzt, du beklacktes Sarganabis. Wehe, du tötest jetzt mal aus, du beklacktes Sarganabis. Ich hasse das Sarganismus. Ich hasse das Sarganismus. Rache ist süß. Rache ist süß. Ich hab' gesagt, Rache ist süß. Ich hab' jetzt nicht auf seine Werte gedacht, das wollte ich eigentlich mal machen. Ich geh' jetzt nicht auf Risikonummer sicher, weil Baum. Und so. Also ganz ehrlich, ich wiss halt nicht, was ich laber. Und ich seh' auch nicht eines dieses Scheiß-Pokémon. Moment. Lass' ihr unterhaut. Wer? Danke. Der überlebt nicht die Scheiß-Attacke. Bisschen. Okay, er ist kein Unlicht-Pokémon, das heißt. You're going to die, fool. Fool is infest. No weight but pain. Hat's nicht Broly gesagt? Ich glaube, ja. Ich weiß aber nicht, was ich weiß. Ich weiß. Ich weiß nicht, ob er es war. Muss er eigentlich immer übertreiben? Hat er jetzt gewusst, die sich heilt oder spinnt das? Spinnt der Computer einfach nur. Oh, ich muss total übertreiben und ihn noch eine Hydro-Pompe in die Fresse hauen. Nein, ich geh' nicht auf Nummer sicher. Heilen geht vor Nummer sicher. Ich hab' ja genug Treibende für die Roste. Dein nächstes Schlepp kann ich sogar wieder aufwühlen. Ne, dann muss ich gegen Mikey kämpfen, also. Sternschauer. Das war dann schon. Oh mein Gott, der Bitter-Scheiß, du mitst. Ja. Das heißt so viel wie Arschloch. Oder Wichser. Oder Ruhr und Sohn. Oder alles zusammen. Ruhr und Sohn. Keine Beleidigung, sondern eine Tatsache. Und das bringt jetzt was, wenn die mir jetzt keinen Halt in die Fresse, sonst solltet ihr doch einen rein. Schon wollte schon sagen. Dann hätten die nichts gebracht, solange er keinen Volltreffer reinhaut. Ich sag, das hast du nur davon aller Wies. Ja. Als Trainerin Mariana. Mit ihren, äh... Ich hab' doch Scheiße. Die haben jetzt doch abschreiben müssen. Ich weiß nicht mehr. Die Mirakothek wird auf ihren Scheiße den Namen doch vergessen. Bin jetzt angefrisst, muss noch ein paar Mal den Sätechen liegen. So. Dum 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 dum. ich habe gesagt nur bis nach dem einen also ich bin etwas wie ich jetzt weiter selbst für diese scheiß tun die alle platt machen nein man nicht allein nur und gegen alle anderen, die ich will wegstellen, denn niemand kann mich verwalten, muhahaha. Auf jeden Fall, Super Panzer kann ich schon kriegen, mein Pokémon. Ja. Ich kann trotzdem nicht sprechen, egal sein. Ich weiß nicht, klar, Steak, die wild. Jo. Seine Scheißverträgung bringt ihn nun auch nicht mehr, denn ich werde dich als Schlitzer besiegen. Seid nicht, ich verdrück mich und er setzt gerne rein. Oder stärker. Und gesagt, getan, hab mich verdrückt und er setzt stärker an und besiegt damit, ob du dieses Kuponzer? Nicht. Aber jetzt setz ich nichts an, also ich verdrück mich wieder und setz eine gebarte Attacke ein. Nein, ich hab mich nicht verdrückt, wo ich gar nicht hingeguckt habe. Sehr schön, nicht. Nein, nicht sehr schön, ich weiß. Gelief. Ich will irgendwie teleliere meinen Evil-Lock, damit sich nicht weiterentwickelt zu Despol-Teil. 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 Ach, ich werde den Namen schon merken. Oh, wie ich die Folge nennen würde, natürlich wieder anzuwenden wie. Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum. Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum. Nein, das war die Musik von Tabu aus-Dum-Dum. Geh-Dum-Dum-Dum. sowas mehr Sportbrauch das ist der Weg verdammt verdammt intrigente in die Intrigente Trainerin Intelligente Trainerin das war Schleiße wir sehen uns wieder wenn ich meine Sprachkenntnisse gefunden habe wird und ja ich hätte es doch die Wettbewerbs und die sich an den Kopfschwettler und jetzt gibt es die Presse mit dem Donner was mit dem Dörren mit dem Donner Negativ Döner hab ich gar nicht Döner gebleibt Negativ Döner ihm hat nicht gefallen Neutrolololololol 69 und jetzt einmal ganz kurz vor euch so warum ich gerade was Mikro gehangen hab einfach weil ich es kann warum hat er jetzt zwei Döner überlebt warum spreche ich gerade so aus ich muss mich wohl wieder wegstellen so, besser ja, ich gehe immer so mit meinen Sachen um ich hau immer gerne irgendwas drauf einfach weil ich es kann ich weiß echt nicht warum ich hab immer so den Drang einfach mal oben drauf zu holen aber ich bin nicht mal sauer ich hab da hinten eine Metze mit stehen die lasst mich gerade an die wildeste Trinke ähm, ähm ich lass mal jemand anderes was nehmen ich hab ihn nicht mehr so gesehen nicht mehr so nur dann die 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 Zunächst ohne. Die Kohlensäure schmeckt total scheiße. Da fragt mich eh, wieso die explodiert ist, nachdem ich die Kohlensäure schon offen hatte. Und die ausgedrückt schon etwas rausgetrunken habe, aber naja. Die Richtigkeit hat keinen Bock mehr, da zu leben. Bumm. Jetzt bitte triff. Zwei Jahre später, nachdem da Steinhardt getroffen hat. Danke. Ich hab' ihr Rockdum gemacht. Hö, 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 hö. Nein, das war nicht glücklich. Ich hab' vielleicht schon lesen, dass das nicht. Ich hab' gerade nur Tromzen geliefert. Jetzt, der Leber. Friss. Zurück. Friss. Zurück. Nom 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 nom, wenn du hilfst. Jui, zum Glück hab ich das auf Video, da kann ich den Namen doch nochmal nachsuchen. Oder mal googeln. Let's google. alles mit. Oh ja. Bon nom 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 nom.